Der sogenannte Islamische Staat existiert unter verschiedenen Namen seit mehr als 15 Jahren. Er geht 2013 aus Rebellengruppen im Irak hervor, die gegen die von den USA angeführte Militärinvasion kämpfen. 2014 gelingt es dem damaligen Islamischen Staat im Irak und der Levante überraschend, unter der Führung des Predigers Abu Bakr al-Baghdadi große Gebiete Syriens und des Irak unter seine Kontrolle zu bringen und ein Kalifat auszurufen. Unter dem neuen Namen Islamischer Staat verüben IS-Anhänger verheerende Anschläge sowohl in der Region als auch in anderen Teilen der Welt. Die Bilder von Ermordungen westlicher Geiseln verbreiten zusätzlich Angst. In seiner Hochzeit erstreckt sich das Kalifat über ein Gebiet von der Größe Großbritanniens. Es gibt zwei de facto Hauptstädte, Raqqa in Syrien und Mossul im Irak. 2014 beginnt eine von den USA angeführte Koalition eine Gegenoffensive. Von 2014 bis 2017 schrumpft das Kalifat immer weiter zusammen. Ende 2017 erklären die irakischen Behörden den IS im Irak für besiegt. Mossul wird im Juli 2017 zurückerobert. Im Herbst 2017 fällt außerdem Raqqa an die syrischen demokratischen Kräfte. Eine von den USA unterstützte kurdisch-arabische Miliz. Im März 2019 erobern sie die letzte Bastion des IS im Norden Syriens.